Montags, zwölf Uhr. Mann hat Hunger. Oh nein, 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 warte ich für Hunger ab! Ich bin endlich mal zu fressen, hier! Die Scheiße! Stau! Er hat zu viel Perfekt-Enerly getrunken in der Runde. Ja, ich bin schon so eine gute zwölf Jahre beim Ordnungsdienst. Das ist ein Job, der mich total ausfüllt. Eigentlich wollte ich schon immer für Ordnung sorgen. Muss man ganz klar sagen, denn ohne Ordnung und ohne Gesetz ist der Mensch nichts. Eigentlich wollte ich schon immer zur Polizei, aber ich bin durch den Aufnahmetest geflogen. Sport, Mann. Ja, Sport. Und dieser komische Button und Deutschtest. Einmal dazu braucht man denn Deutsch. Also so'n Blödsinn. Aber jetzt hier, sag ich meine Heimat halt beim Ordnungsdienst. Und da ist eben was. Da ist man doch was. Da stellt man eben was dar als Ordnungsdienstler. Wir befinden uns heute in Zesen, im wunderschönen Brandenburger Land. Nähe Königs Wusterhausen. Königs Wusterhausen liegt direkt daneben. Also. Wir befinden uns heute am ehemaligen Bunker des Reichspostministers. Der hier einen Hochbunker errichten ließ. Hochbunker deshalb. Da in dem, ähm... Vom... Wird es nicht labern? Das ist drin hier. Das ist drin hier. Das ist drin. Das ist drin. Zeig. Bis zu dem, das ist drin hier. Ich habe mich dieses Jahr im Zusammenhang mit dem. Chodzi gerne mal. Das ist ein Schatz. Vielen Dank.